An Weihnachten gibt es Geschenke. Das hat sich wohl auch Jerome Paul, der Chef der amerikanischen Notenbank, gedacht. Mehr dazu jetzt. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen und der letzten und der Weihnachtsausgabe von Winklers Weitblick. Der heutige Titel lautet Jerome Paul verteilt Weihnachtsgeschenke. Wir haben Freitag, den 22. Dezember. Dem DAX geht ein wenig die Luft aus. Knapp 16.700 Punkte. Da tut sich nicht mehr viel. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Ja, was ist denn passiert mit Jerome Paul? Wir hatten Mittwoch vor einer Woche am 13. die Sitzung der FED. Und da ist Merkwürdiges passiert, denn Jerome Paul hat sein Wording komplett geändert, also auch komplett gegenüber noch der letzten Sitzung der November-Sitzung. Während der ganzen letzten Monate der Fokus immer auf den Wörtern Inflationsbekämpfung und wir werden bereit sein, notfalls die Zinsen noch einmal zu erhöhen, das Wording war, änderte sich das komplett an diesem 13. Dezember, weil er nahm das Wort Zinssenkungen in den Mund und auch zwar mehr Zinssenkungen als vom Markt bisher erwartet, nämlich die FED sagt dann schon selbst, sie möchte nächstes Jahr eventuell dreimal die Zinsen senken und das hat die Marktteilnehmer vollkommen überrascht. Eine gefühlte 180-Grad-Kehrtwende im Wording der amerikanischen Notenbankpolitik. So, wie sehen die Märkte aus? Schauen wir uns das mal an. Die Rendite unserer zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihe, die im Oktober noch bei fünf Prozent rentierte und prominente Investoren wie Bill Eggman, milliardenschwere Investmentkönige oder Gurus schon sechs- oder siebenprozentige Renditen erwarteten. Seitdem, in nicht einmal zwei Monaten, sind die Zinsen von den fünf Prozent auf jetzt unter vier Prozent gefallen. So etwas Extremes hatten wir ganz, ganz selten. Das ist in so einer kurzen Zeitspanne einer der stärksten Zinsrückgänge seit vielen, vielen Jahren und dazu kann man nur sagen, die FED, sprich Jerome Paul, befeuert die sowieso schon laufende Rallye an den Aktienmärkten noch einmal. Der zweite Punkt dazu, der Zinsaufwärtstrend, der bis vor wenigen Wochen zumindest in den USA technisch betrachtet immer noch intakt war. Ich hatte Ihnen immer wieder die Marke von vier Prozent genannt. Dort verläuft die 200-Tage-Linie. Ja, das ist die gelbe Linie im Chart. Die haben wir nach unten herausgenommen. Wir sind momentan sogar unter 3,9 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen. Also Zinsaufwärtstrend beendet. Und was mit den Worten von Jerome Paul dann inzwischen auch jedem Investor klar geworden ist, nächstes Jahr 2024 werden die Notenbanken mit Zinssenkungen beginnen. Wie viele muss man noch schauen, aber diese Gewissheit ist jetzt definitiv da. Was mir oder uns dabei nicht gefällt, ist das Ausmaß dieses Zinsrückgangs und das Tempo. Also innerhalb weniger Wochen über einen ganzen Prozentpunkt inzwischen auf unter vier ist zwar optisch immer noch viel, aber es sind lange nicht mehr die Renditen, die wir eben vor sechs bis acht Wochen noch in aller Ruhe kaufen konnten. So viel zum amerikanischen Rentenmarkt. Wie sieht es denn bei uns mit unserer EZB und unserer Bundesanleihe aus? Ja, die Rendite unserer zehnjährigen Bundesanleihe fällt genau in diesem Umfeld unter zwei Prozent. Und den Zinsaufwärtstrend hatte ich Ihnen in den letzten Wochen schon gezeigt. Der war bei der Bundesanleihe sowieso schon beendet, nachdem wir unter die Marke von 2,5 Prozent gefallen sind. Und die EZB hat einen Tag später am 14.12. versucht, diese Wogen ein wenig zu glätten und ein wenig die Euphorie der Anleger zu bremsen, was das Ausmaß kommender Zinssenkungen im nächsten Jahr angehen könnte. Denn die Anleger, die Investoren sind jetzt dabei, bis zu sechs Zinssenkungen im nächsten Jahr einzupreisen. Und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich ein wenig viel. So, wie sieht die markttechnische Lage aus? Wir sind nicht mehr in dem Bereich zwischen zweieinhalb und drei Prozent, die wir in den letzten Monaten immer wieder genannt haben, als attraktive Renditen in der Eurozone für die Bundesanleihen, um sich langanlaufende Anleihen zu kaufen. Wir sind eben jetzt sogar unter zwei Prozent gefallen. Und da muss ich sagen, als Fazit, meiner Meinung nach sind die Anleger zu euphorisch. Die Kursrallye, die wir jetzt schon gesehen haben, nimmt viel von dem, was eigentlich im kommenden Jahr zu erwarten gewesen wäre, vorweg. Das kann bedeuten, dass die Zehnjährigen gar nicht mehr groß weiter fallen, auch wenn die EZB dann ihren Leitzins, der ja momentan bei viereinhalb Prozent liegt, peu a peu weiter senken wird. Und insofern muss ich Ihnen leider heute sagen, Renditen von unter zwei Prozent für die zehnjährige Bundesanleihe erachten wir als nicht mehr attraktiv. Also insofern unserer Meinung nach zu große Euphorie der Anleger. Die Kursrallye ist zu weit gelaufen. Die Anleger nehmen schon zu viel vorweg. Die Chancen, die klaren Chancen an den Rentenmärkten, die wir in den letzten Monaten immer wieder genannt haben, sind unserer Meinung nach vorerst einmal vorbei. Und das ist so ein bisschen ein Kontrast zu dem, was wir momentan lesen können. Denn jeder erzählt Ihnen momentan, das wird ein gutes Jahr für Anleihen. Ich glaube, durch den Zinsrückgang der letzten Wochen haben wir schon viel von einem möglichen Potenzial für das Jahr 2024 vorweggenommen. So viel zu den Weihnachtsgeschenken, die Jerome Paul am 13.12. verteilt hat und unsere Sicht der Rentenmärkte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Zweitens, unser Chart der Woche. Aus den USA, auch den kennen Sie, von AAII, die wöchentliche Bull- und Bärumfrage. Hier zu sehen, die Bärumfrage. Also die Anleger werden wöchentlich gefragt, sind sie positiv oder negativ? Und hier abgetragen, wie viel Prozent der Anleger negativ für den amerikanischen Aktienmarkt sind. Und auch hier hat sich passend zu der Kursrallye seit Ende Oktober einiges getan. Während wir Ende Oktober noch 50 Prozent Bären im Markt hatten, also einen sehr hohen Grad von Skepsis und Pessimismus, sind wir aktuell bei 20 Prozent angekommen. Und der rote Balken, der jetzt in die letzten vier Jahre hineinreicht, zeigt Ihnen, Werte um 20 Prozent sind absolute Euphorie. Das heißt, es gibt keine Bären mehr. Die Bären haben kapituliert und zwar von der Hälfte der Anleger in zwei Monaten jetzt auf nur noch 20, weil scheinbar diese sichere Wette im Jahr 2024 kommen wird. Notenbanken ändern ihre Politik. Sie werden Zinsen senken und das wird die Aktienmärkte weiter antreiben. Da muss ich Ihnen leider sagen, das gefällt mir sentimentechnisch, stimmungstechnisch überhaupt nicht. Wenn sich alle so sicher sind und alle so euphorisch sind, dann sind zumindest einmal die Aktienmärkte von der Sentimentbetrachtung anfällig für Gewinnmitnahmen, speziell nach der Rallye, die wir in den letzten zwei Monaten gesehen haben. Also zweitens, unser Chart der Woche, zu viel Euphorie im Markt, das gefällt uns nicht. Und wenn wir bei der Stimmung bleiben und wir bleiben bei den USA, schauen wir unter Punkt 3 uns den Index der Woche an, auch unter der Überschrift zu viel Euphorie im Markt, nämlich von CNN, der Fear and Greed Index, der Angst- und Gierindex. Dasselbe Thema, die Bären haben kapituliert. Der Optimismus dieses Index hat wieder die Spitzenwerte der letzten zwölf Monate erreicht, nämlich mit Werten vor einigen Tagen über 80. Also 100% wäre die völlige Euphorie. Ab 80 wird es wirklich gefährlich und 0 wäre die absolute Panik. Und sehr schön zu sehen in der Grafik für die letzten zwölf Monate. Wir hatten Anfang des Jahres 2023, nee, nicht ganz Anfang, Februar, März war es dann auch schon mal die Werte um die 80. Danach hat sich das Sentiment sehr stark abgekühlt. Wir hatten es im Sommer, als die Aktienmärkte auch im Juli ihr Top gesehen haben. Über mehrere Wochen hohe Optimismuswerte dieses Index auch im Bereich immer 75 bis 80, 82 gehabt. Und wir hatten im Oktober die Werte unter 20. Da war die Angst im Markt. Das hatte uns sehr gut gefallen. Da haben wir gesagt, Kaufgelegenheiten. Da muss ich momentan sagen, auch hier der Index von CNN bestätigt das, was die Bull-und-Bär-Umfrage zeigt, das ist nicht das Umfeld, um momentan Großaktien zu kaufen. Tut mir leid. Die Anleger sind zu euphorisch. Die Aktienmärkte sind anfällig für Gewinnmitnahmen. Mit Werten um die 80 hat dieser Index die Zone der extremierte Anleger erreicht. Also insofern muss ich dann so ein bisschen jetzt zu Weihnachten die gute Stimmung ein wenig dämpfen. Die Euphorie, die momentan herrscht, gefällt uns definitiv nicht. Das war der Index der Woche, CNN, Fear and Greed Index, im Bereich der absoluten Gier angekommen. So und wie sehen denn die Aktienmärkte aus? Da bringe ich Ihnen unter Punkt 4 den Aktienmarkt der Woche, ich könnte auch sagen des Jahres 2023 mit. Den Nasdaq 100, der hat es geschafft, aufgrund der hervorragenden Entwicklungen der großen Technologieaktien in diesem Jahr rund 50 Prozent zuzulegen. Und jetzt kommt aber leider wieder von mir ein Aber. Wir sehen aktuell erste Warnsignale und zwar mehrere. Zum einen das Thema technische Betrachtung und Divergenz. Der Index des Nasdaq 100 hat es in den letzten Wochen geschafft, nochmal ein neues Hoch herauszubilden. Er hat sogar kurzfristig ein neues historisches Hoch angepeilt, leicht erreicht gehabt. Also wir sind etwa da, wo wir Ende 2021 auch waren. Also auf jeden Fall eine positive Kursentwicklung der letzten Wochen. Wenn wir uns im unteren Teil der Grafik dazu den entsprechenden Trendfolgeindikator, den MACD, den zeige ich Ihnen sehr häufig, den müssten Sie kennen inzwischen, anschauen, muss ich sagen. Also das sieht so aus, als ob dieser deutliche Kursanstieg der letzten Wochen von dem MACD-Indikator nicht mehr bestätigt wird. Und damit besteht die Gefahr, dass wir eine negative Divergenz herausbilden. Dass eben ein Kursanstieg im Indikator nicht bestätigt wird, ist ein erstes Warnsignal. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns oben den Chart des Nasdaq 100 angucken und die gelbe Linie, die habe ich fast immer im Chart dabei für Sie. Das ist die 200-Tage-Linie. Während wir Ende Oktober genau auf dieser 200-Tage-Linie aufgesetzt hatten und der MACD-Indikator dort unten ein Kaufsignal gegeben hatte, sind wir inzwischen schon wieder rund 13 Prozent von dieser 200-Tage-Linie entfernt durch die Rallye der letzten zwei Monate. Dieser Abstand ist weit, der ist groß. Er ist noch nicht völlig extrem, aber das ist für mich das nächste Warnsignal. Und Warnsignale sollte man beachten, gerade wenn die Anleger euphorisch sind. Fazit zum Nasdaq 100, das gilt auch für die anderen Aktienmärkte. Aufgrund der Kursrallye der letzten Wochen hatten wir immer wieder gesagt, die Märkte sind überhitzt, aber es gibt keine Verkaufssignale. Jetzt muss ich einen Schritt weiter gehen und Ihnen sagen, unserer Meinung nach wird kurzfristig die Luft dünner. Die Warnsignale nehmen zu und es kann durchaus passieren, dass der Jahresstart in diesem Umfeld deutlich holpriger wird, als vielleicht mit der guten Stimmung momentan erwartet. Zusammengefasst. Erstens. Jerome Powell überrascht die Anleger positiv, nicht negativ. Die seit Ende Oktober laufende Kursrallye wird noch einmal befeuert. Wir sehen, dass die Euphorie der Anleger momentan scheinbar keine Grenzen kennt. Das Sentiment, die Stimmung und die Technik geben klare Warnsignale. Euphorie, negative Divergenzen, wie gezeigt. Die Märkte sind überhitzt. Unserer Meinung nach sind die Aktien zu schnell zu hoch gestiegen und die Zinsen zu schnell zu tief gesunken. Das muss sich auskonsolidieren. Das muss bereinigt werden. Und unter Punkt 6, die immer noch extrem niedrigen Volatilitäten. Der WIX-Index für den amerikanischen Aktienmarkt notiert immer noch in dem Bereich um die 13. Laden förmlich zu günstigen Absicherungen der Kursgewinne ein. Bedeutet als Schlussfazit für mich, der Jahresstart, der nicht mehr weit weg ist, der könnte holprig werden und zwar ganz anders als das Jahr 2023. Falls Sie sich noch erinnern, die Stimmung war extrem negativ. Jeder hatte Angst vor der Rezession. Jeder hat gesagt, der amerikanische Aktienmarkt wird 20 Prozent fallen. Alle großen US-Investmentbanken haben das erzählt. Heute ist das Bild ein völlig anderes. Jeder ist sich sicher, die Notenbanken werden die Zinsen senken. Es wird keine Rezession in den USA geben und es wird ein gutes Aktienjahr werden. So, bedeutet, wenn alle das meinen, könnte es etwas gefährlicher werden. Insofern kurzfristig für uns etwas Zurückhaltung bitte. Ja, das war die letzte Folge in diesem Jahr, unsere Weihnachtsausgabe. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage. Bedanke mich wie immer für Ihr Interesse, für Ihr Werden nach einer Woche Pause direkt Anfang Januar im neuen Jahr wieder starten und unser Bestes geben. Es hat mir in diesem Jahr mit Ihnen sehr, sehr viel Freude gemacht. Ihnen alles Gute. Ihr Michael Winkler.